Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in Dragonflight Navix. Und zwar möchte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir uns herstellen lassen können. Und zwar haben wir eine portable Partyplatte. Und das ist ein Toy, das kann der Ingenieur herstellen. Jetzt mit Patch 10.2. Die Geschichte ist, das Rezept zu kriegen ist ein bisschen eine tricky Angelegenheit. Das geht jetzt zwar eigentlich ums Toy, aber ich will euch mal erklären, wie ihr einmal das Rezept bekommt, um das Ding herstellen zu können. Und zwar braucht ihr auf eurem Ingenieur einen Skill von mindestens 50. Dann müsst ihr auf eurem Ingenieur zwei Items im Inventar haben. Und zwar braucht ihr ein leichtes Pergament und eine Ingenieurstinte. Diese zwei Sachen braucht ihr. Und jetzt ist es so, dass ihr einen anderen Schar braucht, und zwar einen Magier. Und dieser Magier muss dann zusätzlich auch noch Kochkunst haben. Und der muss so ein Dessert können. Also es gibt da verschiedene. Ich habe da eins gelootet. Und zwar ist es in Valdracken hier bei der Krippe Kleinschuppe auf den Koordinaten 10, 54. Das gibt es hier einfach aus dem Fass raus. Man braucht auch nur Kochkunststufe 1. Also das hat bei mir funktioniert. Das habe ich einfach hier hinten aus so einem Fass raus gelootet. Dann braucht man auch noch auf, ne nicht auf Schneider, sondern auf Kochkunst. Hier haben wir es. Dieses Nudelholz kann man sich über einen Arbeitsauftrag herstellen lassen. Kann einen Inschriftenkundler machen. Und das Wichtige ist, es hat einen Sondereffekt drauf. Also ihr braucht die blaue Variante. Wenn ihr den Effekt satt erhaltet, zaubert ihr ein Dessert der Dracheninsel dabei. Dieses Rezept euch bekannt ist. Und deswegen brauchen wir halt, ach ne genau, ein Dessert brauchen wir halt, das wir quasi gelernt haben. Und wenn wir jetzt den Sat-Buff kriegen, das ist der hier oben, wo irgendwelche Stats zum Beispiel kommen, dann gibt es zusätzlich ein Dessert. Heißt, wir müssen jetzt unseren Ingenieur haben. Jemanden suchen, der Magier ist, ein Dessert kann und dieses Nudelholz drin hat und neben uns dann irgendeinen Bufffood isst. Und sobald wir mit unserem Ingenieur quasi sowohl als auch die Ingenieurstinte als auch das leichte Pergament im Inventar haben, könnt ihr euch beides im Haar oder beim Händler kaufen, dann kriegt ihr das Rezept. Ist ein bisschen wild. Ich habe das jetzt eben gemacht mit meinem Ingi, habe extra den Hordenschader so weit hingebasst, den Magier, dass das funktioniert. Es hat funktioniert, dass mein Ingi Ali ist, mein Koch hier, der Magier, dementsprechend Hordler. Und es hat trotzdem funktioniert. Die waren einfach nebeneinander gestanden, habe das Rezept ins Inventar gekriegt. Ihr könnt das Ding aber, das fertige Teil auch einfach im Auktionshaus kaufen. Ich wollte es bloß mit erklären, weil das ein bisschen ein ganz komischer Weg war, ein Rezept zu kriegen. Also sowas hatte ich auch noch nicht gesehen. Und ja, habe mir das jetzt dann einmal craften lassen. Übrigens, für das Ding braucht ihr, wenn ihr euch das bauen lassen wollt, noch ein paar Spezialmaterialien. Und zwar kann ich das euch jetzt mal kurz zeigen. Wenn wir das jetzt einmal suchen. Notabel, hier haben wir es. Also ihr braucht halt hier diese ganzen stinknormalen Materialien vom Ingi, beziehungsweise hier einen Kuchen noch. Könnt ihr euch alles mal haarkaufen. Das Einzige, was besonders ist, ist die frostige Seele. Und die frostige Seele, die ist seelengebunden. Und wo bekommt ihr die her? Naja, ihr braucht erstmal ein Item. Und zwar das hier, Schockdrossel-Seelen-Inhalierer. Den kann Ingi euch bauen. Also den müsst ihr auch über einen Arbeitsauftrag euch bauen lassen. Und wenn ihr den habt, dann braucht ihr noch vom Juve ein paar Käfige, um Seelen einfangen zu können. Und diese Käfige könnt ihr euch auch im Auktionshaus dann dementsprechend kaufen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie die Käfige genau heißen. Ob das hier mit dabei steht. Ich suche es euch kurz raus. Wir schauen schnell immer. Das ist auch immer nett, wie die genau heißen. Genau, Lehrer-Seelen-Käfige. Die hier sind es. Die kann ein Juve herstellen. Die könnt ihr einfach am H kaufen. Und jetzt müsst ihr einmal ein Wasserelementar absaugen. Und zwar ist hier oben, etwa hier auf den Koordinaten 54, 76, steht quasi ein Elite-Wasserelementar rum. Das haut ihr auf so 20%. Dann habt ihr quasi den Seelen-Inhalierer im Inventar und den Käfig. Braucht halt fünf Käfige, ne? Drückt den, dann kriegt der einen Debuff und danach tötet er ihn. Dann bekommt ihr ein Item. Das Item dürft ihr nicht sofort aufmachen, sondern müsst die Viertelstunde abwarten, die draufsteht. Und nach einer Viertelstunde wandelt sich das ein anderes Item um. Dann macht ihr es auf und erst dann, wenn es aufgemacht ist, kriegt ihr quasi eine so eine Seele raus. So eine Frostsäle. Das macht ihr fünfmal. Und ja, dann habt ihr dementsprechend die fünf Seelen. Das dauert übrigens jedes Mal eine Viertelstunde, bis die quasi ausgebrütet sind. Heißt, ihr müsst schon ein bisschen warten, beziehungsweise könnt halt derweil irgendwas anderes machen, ne? Genau, und dann stellt ihr einen Arbeitsauftrag und könnt euch das Ding holen. Ist jetzt alles ein bisschen komplizierter. Ich weiß gar nicht, ihr könnt es wahrscheinlich auch, wenn ihr einfach sagt, okay, gar keinen Bock auf die ganze Scheiße. Ich hau einfach Gold raus. Könnt das natürlich auch, wenn es bei euch im Auktionshaus ist, einfach für Gold kaufen, ne? Dann spart ihr euch das ganze Gefarme mit Rezept und Seelen-Inhalierer und sowas. Ist halt euch überlassen, genau. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Toy an. Lernen wir das einmal und dann gucken wir mal, wo wir es hier haben. Portable, genau. Also, was macht das? Platziert eine portable Partyplatte, perfekt zum Probieren von Pasteten beim Picknick. So, das packen wir jetzt hier mal hin und schauen wir mal, wie das Ding aussieht. Ah, guck mal an. Na, das ist ja schon eine ordentliche Platte, ne? Was haben wir denn da alles? Verschiedene Kuchen, Käse ist dabei. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer Kuchen mit Käse zusammen isst, aber und ein Eisbecher ist auch. Hier haben wir ein paar Törtchen. Ja, macht schon was her und das kann man auch... Ah, schau mal, das kann man auch anklicken und hat ein Interface-Menü. Ähm, was können wir denn da machen? Nehmen wir einen. Okay, man kann was nehmen und einen anderen übrig lassen. Genießt ein Stück Kuchen. Okay, jetzt machen wir das mal. Jetzt genießen wir mal ein Stück Kuchen. Gucken wir mal, ob wir da auch einen Buff von kriegen. Ah, da gibt es sogar noch ein Feuerwerk. Ah. Ach, das verbessert meine Laune um 40%. 60% bessere Laune habe ich jetzt schon, ja nicht schlecht. 80% mal gucken. Wahrscheinlich wird das Gesicht grün, wenn ich 100% habe, oder? Ne, okay, das enttäuscht mich. Schauen wir mal, ob wir mehr als 100% kriegen können. Ne. Gut, jetzt, wenn ich jetzt mal gucken... Ach so. Was ist denn das? Ich soll nicht zu viel dieser Verputzen. Jetzt habe ich eine Stunde den Buff drauf, wenn ich den wegklicke. Ah, dann kann ich nochmal was. Ne, im Hörnchen. Also ein Eis. Was habe ich da? Ich genieße ein Eis, vermutlich ein wenig zu hastig. Ach, schau mal, ich habe wirklich ein Eis in der Hand. Im Hörnchen. Äh, was ist denn das? Das ist ja ein Zauberhut. Was zur Hölle, habt ihr gesehen? Mein Gesicht freest. Das ist ja ein cooles Ding. Ah, okay, jetzt muss ich mir jetzt wieder wegklicken, dass ich das nächste probieren kann. Stein im Stein, was ist das? Oh, da wäre ich ein Drogba. Cool. Ich glaube, den Drogba-Buff hat man auch gebraucht, um so ein bestimmtes, ähm, Pet, meine ich, zu looten bei einem Boss in der Zahra-Leck-Höhle. Vielleicht ist das derselbe Buff. Okay, was haben wir noch? Äh, Walross-Muffin. Ah, da werde ich ein Tusker und habe ein Muffin in der Hand. Das ist ja auch cool. Gut, das muss ich mir auch wieder wegklicken, dass ich hier draufklicken kann. Zuckerfreies, äh, Feuerwasser. Hier, okay, was ist das? Da werde ich einfach ein bisschen größer. Ne, Feuerwasser, Obst. Okay, hä, aber das, was, da werde ich einfach nur größer. Okay, ich habe ja aber nichts in der Hand. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, was haben wir noch? Was war das Party? Den Partyhut kann ich nur aufsetzen. Ah, aber der, äh, Okay. Aber das gibt mir jetzt nicht einen Debuff. Jetzt kann ich zusätzlich noch mich größer machen. Das geht auch. Interessant. Aber ich kann mich nicht größer machen und zu einem Tusker verwandeln. Halt, Moment. Die Aspekte sind zurück. Ich will den Tisch anklicken. Ah, schade. Der Tusker hat nicht den Hut auf. Aber ein echt cooles Toy mit X-Effekten. Das hat schon was. War jetzt auch ein bisschen aufwendiger, ne, an dieses Rezept zu kommen, beziehungsweise es dann herzustellen. Muss ich sagen. Coole Angelegenheit. Habt ihr quasi ein paar Verwandlungen in einem Toy. Okay, und ja, damit sind wir eigentlich am Ende mit dem kleinen, ähm, Toy Guide. Solltet ihr noch irgendwelche Kombinationen rausgefunden haben, um was cooles noch zu kriegen, was ich jetzt irgendwie nett mitgekriegt habe oder nett gecheckt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.